einen schönen guten morgen das heißt morgen wir haben schon mittags wir sind hier wieder in kolanta neben mir sitzt oscar der ausgleichs von sweden manchmal essen wir hier im marina das habe ich euch ja schon empfohlen total lecker hier das ist ich spreche mal ein bisschen englisch es ist es ist das letzte Day es war hier vor pauch keeping he was hier vor couple of months yes and now you go back to Sweden but he will come back and so great to hear with him we will enjoy the lunch take a look I have I don't know he got friedw affects yeah we will start with the food and then we will see you later bye bye Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's! Ja, Brot, Ja, Brot! Das war's. Hey Leute, hier ist so schön Kolanta. Ich muss gerade mal ein bisschen lauter reden, weil da hinten eine Parade ist. Die zeige ich euch gleich. Ich habe vorhin zu Mittag gegessen. Thai Muslim Kitchen da hinten war sehr, sehr lecker. Leider ist bei meinem Reifen der Schlauch drin irgendwie geplatzt. Er wird jetzt gewechselt. Kostet 150 Baht. Das ist nur 1, 3,50 Euro. Vollkommen akzeptabel. Das ist meistens. Ich habe es nicht mit ihm gekriegt. Leute, es ist gerade ein bisschen laut. Ich zeige es euch mal. Die Parade. Mega cool. Hier auf Kolanta eine Parade zu sehen. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Reifenwechsel. Leute, das ist der Reifen, der mir kaputt gegangen ist. Leute, ihr wollt einen Reifen wechseln in Thailand. Der ist in der Versicherung nicht mit inbegriffen. Den müsst ihr bezahlen. Motor, Getriebe, das ist alles in der Versicherung mit inbegriffen. Der Schlauch leider nicht. Aber der kostet 150 Baht. Das sind, wie schon erwähnt, 3,50 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Das passt schon. Hinten kommt die Polizei der Parade. Damit auch nichts passiert. Ja. Ich habe den Roller vor 5 Minuten hergebracht. Und so wie es aussieht, ist er in 5 Minuten wieder fertig. Das geht ganz schnell, Leute. 150 Baht. Vollkommen okay, der Preis. Gleich geht es weiter an den Strand. Und eine Beach-Uliber spielen oder Abend was essen. Und dann den Abend ausklinken. Schaut euch mal diesen geilen Roller an. Gehört dem Hipster hier. Mega starke Roller. Na dann. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Einen schönen guten Abend. Ja. Aus dem wunderschönen Kolanda. Ich bin hier mit der Jiggy unterwegs. Hallo Jiggy, say hello. Hallo. Ich bin jetzt hier Street Kitchen. Die machen hier, glaube ich, richtig leckeres Essen. Das werden wir uns erstmal gerne gewöhnen können. Das ist Crispy Pork mit Reis und Thai-Bessel. Das sieht so richtig. Ja. Sieht so richtig. Ja. Sieht so leckeres. Wir essen es und danach gehen wir zu Free Descent. Und dann ein Einschlinger für Reis. Schaut euch das mal an, wie lecker das aussieht. Unglaublich. Okay. Guten Abo und bis später. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Knochen.